35 Jahre lang kennen wir sie nur im Doppelpack. Anita Hofmann mit ihrer Schwester Alexandra. Das Schlager-Duo schlechthin klar. Doch seit dem vergangenen Jahr treten die beiden nicht mehr gemeinsam auf, haben sich als Geschwisterpaar in der Öffentlichkeit zumindest getrennt. Das heißt aber nicht, dass bei Anita nichts los ist. Ganz im Gegenteil. Seit zwei Jahren ist Anita verheiratet und jetzt hat sie ihr erstes Solo-Album voll auf Schlager veröffentlicht. Außerdem hat sie bereits eine Autobiografie geschrieben, Sei einfach nur schön, heißt die, mit Details aus dem Leben. Und bei uns erzählt sie, wie sich das anfühlt, als Solo-Künstlerin unterwegs zu sein. Grüß dich, willkommen in der Landesschau. Hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein bei euch. Ist schon so, ne? Du sitzt das erste Mal mir alleine gegenüber, oder? Ja, das war mir vorher gar nicht bewusst, aber jetzt, wo du sagst, ja. Wie fühlt sich das an? Schön, also ich kenne dich ja, Gott sei Dank, fühle ich mich nicht alleine. Also mega. Es war jetzt so viel los in der letzten Zeit und ich freue mich sehr, bei euch zu Gast zu sein. Wir kennen uns tatsächlich schon eine ganze Weile. In vielen Sendungen sind wir uns begegnet. Jetzt hast du das erste Mal ein Solo-Album draußen, bevor wir über die Genese sprechen. Du hast das in Krefeld präsentiert vor ein paar Tagen am Freitag. Warum in Krefeld und warum nicht, ich weiß nicht, in Messkirch oder sonst wo? Das kann ich dir sagen. Ich habe viele tanzbare Songs auf meinem Album voll auf Schlager geschrieben. Und ich dachte mir, es ist doch eine super Idee, wenn ich DJs, Tanzbegeisterte und Schlagerfans alle zusammen auf einen Haufen bringe. Und das habe ich geschafft. Habe im Vorfeld sogar noch ein Disco-Fox-Workshop gegeben. Das heißt, ich habe tanzbare Songs geschrieben und bringe den Fans sogar noch das Tanzen bei. Es hat so Spaß gemacht. Du machst die Tanzschritte vor und die anderen nach, so Flashmob-mäßig, oder wie funktioniert das? Ich habe dort natürlich einen Tanzprofi an meiner Seite gehabt, das ist lustig. Aber auf der Bühne gebe ich inzwischen auch Tanzkurse während meiner Show. Und das macht mega Spaß. Am Anfang sind sie noch ein bisschen schüchtern, aber das löst sich dann ganz schnell. Ich weiß, worauf du spekulierst. Sehe ich dich demnächst in so einer großen Show bei einem anderen Sender? Nee, ich wollte dir jetzt das Tanzen beibringen. Ich bin auf vieles vorbereitet, nur ich glaube, die Mucke haben wir nicht da, wobei wir heute noch Musik machen werden. Ich dachte jetzt an Let's Dance, dass du da demnächst dabei bist. Aber jetzt kommen wir mal zu deiner Musik. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, ganz genau. Deine Musik heißt selber gebaut, gebastelt und zwar über einen längeren Zeitraum. Erzähl, wann fing es an, was ist drin und was ist drauf? Ich glaube, keiner hat so lange an einem Album gearbeitet wie ich. Zwei Jahre habe ich jetzt an diesem Baby gearbeitet, habe von 13 Songs 12 selber mitgeschrieben. Das hat auch einen ganz gewissen Grund. Wenn du 35 Jahre zusammen auf der Bühne stehst, plötzlich stehst du alleine da. Da habe ich mich gefragt, warum soll man meine Musik hören? Es gibt doch genügend andere. Und da habe ich mir richtig viele Gedanken gemacht. Wer bin ich? Was macht mich aus? Warum soll man meine Musik hören? Und meine Musik ist positiv, tanzbar. Ich habe viele Instrumente auch mit auf diesem Album, auch selber eingespielt, die Songs selber geschrieben. Ja und ein Statement gleich von vorne, denn ich bin stolz Schlager-Künstler zu sein. Das heißt, ich habe zwar eine klassische Ausbildung, ich bin klassische Sopranistin, aber meine Heimat liegt nun mal im Schlager. Und den liebe ich. Den habe ich da drauf. Und es passt wirklich alles zusammen. Die Klamotte, das Bild, die CD und so weiter. Wobei die Frage, warum soll man dich hören, gibt es vielleicht auch nachher noch von unseren Zuschauenden. Die haben also auch uns Fragen geschickt hier hinein. Es gibt in deinem Leben aber, und das gehört auch dazu, und das enthältst du uns nicht vor, Momente, die gar nicht so lustig waren. Also du hast eine Bio, ich wollte schon sagen, wer schreibt schon in der Mitte seines Lebens, eine Autobiografie. Ist das nicht ein bisschen früh? Aber wir gucken mal gerade eben rein in eine Szene bei einer Lesung. Und da merken wir doch, dass nicht nur alles eitel Sonnenschein war bei Anita Hofmann bisher. Ich musste eigentlich nie Verantwortung übernehmen. Ich wurde von nicht stark oder eigenständig, einfach nur schön. Ja klar, sahst du auch wunderschön bei deiner Hochzeit aus. Aber dieses einfach nur schön ist eben für dich ein Thema gewesen, was nicht einfach nur toll war. Gib uns da ein paar Stichpunkte, dass wir da mitfühlen können. Du, ich habe in meinem Leben ganz oft diesen Satz gehört, sei einfach nur schön. Aber schön sein allein reicht halt nun mal nicht im Leben. Und ich prange auch in diesem Buch überhaupt niemanden an, sondern es ist halt so, wenn du mit elf anfängst, Musik zu machen, dann muss man für dich einfach Dinge tun, die man für einen Erwachsenen gar nicht machen muss. Wenn du jetzt aber 300 Auftritte über 15 Jahre lang jeden Tag hast, fast jeden Tag, dann ist es schwierig, also 300 Auftritte pro Jahr, dann ist es einfach schwierig fürs Umfeld zu merken, ah, die wird jetzt erwachsen. Gewisse Dinge kann sie jetzt plötzlich selber übernehmen. Und da beschreibe ich eben in diesem Buch diese Licht- und Schattenseiten dieses Erfolgs als Kinderstar und eine Reise wie aus sei einfach nur schön, ein sei einfach du selbst geworden ist. Wobei auf dieser Reise dorthin liegen auch Krankheiten und zwar durchaus keine witzigen, wenn du uns da noch kurz einen Blick gewählst. Also jede Krankheit zeigt dir ja irgendwo das, was nicht stimmt im Leben. Du musst bloß drauf kommen. Ich habe Neurodermitis gehabt. Das ist ja sprichwörtlich, man fühlt sich in der eigenen Haut nicht wohl. Das erkennst du halt leider erst im Nachhinein. Und ich hatte auch Magersucht. Und das Interessante bei diesem Buch ist, dass ich einfach auch erzähle aus der Sicht einer Magersüchtigen, was geht da in einem selber vor. Dass da eine Stimme ist, die dich nicht essen lässt, dass das nicht unbedingt ein Schlankheitswahn ist. Und bei mir ist es so, ich habe gemerkt, egal was du für eine Sucht hast, ich bin der Meinung, Sucht kommt von Suchen. Und es ist für den Betroffenen die Aufgabe, such nach was du suchst. Denn dann kannst du auch deine Krankheit besiegen. Ich bin mal gespannt, ob unsere Zuschauerinnen und Zuschauer danach fragen, was du vielleicht gefunden hast. Das Positive hast du ja schon gerade eben gesagt. Herr Ulrich und Celine fragen zum Beispiel, was war denn das schönste Erlebnis als Sängerin? Kannst du da eines nennen? Ich meine, du hast es selbst gesagt, über 30 Jahre. Da sind bestimmt einige. Ich muss sagen, es waren wirklich sehr, sehr viele. Aber was immer wieder ein Highlight für mich ist, ist dieser persönliche Kontakt zu meinen Fans. Die sind mir sehr wichtig und das wissen sie auch. Weil was mich unterscheidet von anderen Künstlern ist vielleicht das, dass ich von Anfang an einen ganz enger Bezug zu diesen Menschen hatte. Du warst sogar mit ihnen gemeinsam auf Hochzeitsreise, wenn ich das kurz reinschieben darf, mit Fans. Ja, genau. Und das war mir auch sehr wichtig, denn ich kenne die Geschichten hinter diesen Menschen. Und als ich jetzt auch Songs für mein neues Album geschrieben habe, habe ich auch ganz oft all diese Menschen vor mir gesehen. Und ich schreibe auch die Songs für meine lieben Fans. Warum hat sich das Duo getrennt? Natürlich eine Frage, die sich immer wieder stellt. Ihr wart doch im Rampenlicht perfekt. Ja. Ja. Also es war halt so, es ist ja auch total legitim, dass man nach 35 Jahren einfach auch mal eigene Wege gehen darf. Und 2021, das kann man auch im Handelsregister lesen, hat meine Schwester einfach eine neue Firma gegründet ohne mich. Und das war für mich natürlich am Anfang, kann ich ja nicht böse sein, es ist ja total legitim. Aber ich dachte mir, und was mache ich jetzt? Ich kann doch nur singen, ich habe doch in meinem Leben nie was anderes gemacht. Und für mich war klar, dass es musikalisch bei mir weitergeht, weil das habe ich gelernt. Mich brauchst du nicht an der Kasse setzen, ich bin in Mathe nicht wirklich ein Genie. Und dann habe ich eben mir wirklich viele Gedanken gemacht, wo soll es musikalisch hingehen? Ja, und das ist jetzt eben das Resultat. Welche Bedeutung hat äußere, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Schönheit oder beziehungsweise, ja doch, hatten wir ja schon auch mit deiner Biografie drüber gesprochen. Äußere Schönheit in dem Leben, wie viel Raum nimmt diese ein? Das zielt vielleicht auch dahin, wie viel du dafür machst, dass du so aussiehst, wie du aussiehst. Also privat ist es ganz einfach, dann mache ich so und dann bin ich fertig. Und ich gehe auch im Jogginganzug, gehe ich auch gerne auch mal in die Stadt. Und ja gut, wenn ich dann zu Auftritten gehe, so lange Haare brauchen natürlich Zeit. Aber ich habe so ein kleines Stromgerät im Auto und dann mache ich das während der Fahrt, weil ich mag es nicht so wirklich lange, gerne lange vorm Spiegel zu sitzen. Ich darf verraten, du bist vorhin mit nassen Haaren hierher gekommen, weil es hat wahnsinnig geschüttet. Und es hat nicht so lange gedauert, bis du jetzt so aussiehst, wie du aussiehst, habe ich mir sagen lassen von der Kollegin aus der Masse. Wie viele Instrumente können Sie spielen? Fragt jemand? Ja, fragt jemand. So viele sind es eigentlich gar nicht. Das ist die Trompete, das ist das Alphorn, dann Jagdhorn, Piccolo, das kannst du ja alles ableiten. Ich spiele auf der Bühne auch Drums und seit Neuestem auch Ukulele. Das ist die Überleitung, aber es war wirklich eine Frage gerade. Ich stelle das Mikrofon da hoch, meine Liebe, und du nimmst die Ukulele, die du mitgebracht hast. Und du wolltest zumindest eine kurze Weise anspielen auch tatsächlich. Ich fühle mich ein bisschen wie bei Raab mit dem Raab wie Gramm, aber es geht jetzt nicht um mich. Okay, bist du jetzt Jury? Nein, 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 um Gottes Willen, ich habe von Musik sowas von keinem. Nur als sozusagen hörender Ahnung selber machen kann ich es gar nicht. Ich habe diesen Song auch auf meinem Album, er beschreibt, wie ich bin. Einfach so, oh 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 oh, so sein so wie ich bin. Einfach so, oh 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 oh. Allein fühle mich ganz still. Einfach so, oh 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 und anders nicht. Ich bin nichts. Einfach so, das bin ich. Anita Hofmann, vielen Dank dafür. Und ich glaube auch, dass du mit diesem Thema vielen Menschen, die so, ich sag mal, in unserem Alter sind, durchaus aus dem Herzen, sprich so in der Mitte des Lebens, stellt man sich ja doch vielleicht dann mal tatsächlich diese Fragen, wer bin ich? Und wenn du drauf eine Antwort hast, bist du schon ziemlich weit gekommen. Vielen Dank, dass du in der Landesschau heute warst, das erste Mal alleine. Dankeschön. Beim nächsten Mal kannst du mitbringen, wen du willst, kannst aber auch gerne wieder alleine kommen. Finde ich super so. Darf ich noch was sagen? Ja, ganz schnell. Meine Videopremiere von Fall of Schlager, das bekommt nämlich jetzt ein Gesicht beim Fall of Schlager und der ist am Freitag auf meinem YouTube-Kanal, könnt ihr jetzt schon pre-safen. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Ich hoffe, es gefällt euch.